Herzlich Willkommen zu einer neuen Aufnahme von Let's Play Alien vs Predator 3 Und jetzt fangen wir auch schon an und es geht auch gleich weiter als Alien Und zwar New Game und wieder auf Heart Ja, beginn die Breaching Procedure Ja, beginn die Breaching Procedure Ja, die ganze Sequenz ist schon ein bisschen bekannt vorgekommen Aber jetzt sehen wir es aus der Sicht der Aliens Und ich glaube dasselbe kommt dann nochmal beim Predator Aber ja, die Level sind dann sowieso fast dieselben Oder sind dieselben, bloß wir sehen es dann immer aus anderen Perspektiven Ja, wir werden sehen Pssst 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 Das ist das letzte Mal, den Spezium Retrieval. Uh, was ist passiert mit Sessalon 6? Geh zurück! Geh zurück! Nein, Dr. Groves, ich wollte es leben. Ich mag das hier. Send in die Combat Androids. Marken es für den Programm. Schöne! Nummer 6. I remember this one. Mr. Whelan thinks there might be something special about this. Let's see if he's right. Basic responses first. Simply orient your head in the direction indicated. See? Watch her track my hand. Obedient. Very good. On to the next test. Okay, we'll be back again. I'm back again, but... You've seen a biological model. Excellent. Watch. These things can move on any surface. Mouse 3? Ah. Hihihihihihi. Just as I predicted. Gracefully done, Six. You can jump, too. Can't you? Jump? Yeah, of course. Of course that's going on. Now, send in the first test subject. Hmm. Futter. Futter! I'm hungry. Yum, yum, yum. Mmm. Mhmm. Schmackhaft. Verstecken wir uns mal. Kann ich hier nicht zuschlagen. Was ist das? Das war nicht mein Bus. Close in on the human and click mouse 1 for a light attack. Okay. Jetzt können wir hier noch ein bisschen schmacken. So, so, so. Jamm! Kann ich auch hier oben zuschlagen? Ja. Das ist interessant. Eine neue Strategie. Unglaublich. Es weiß, dass niemand von uns sein Alli ist. Ich kann dir gar nicht sehen, Six. Wenn ich nicht wusste, dass du da warst... Bring mir ein anderes Test subject. Ein anderes Test subject? Hm. Da ist Nummer 2. Ja, du wirst bezahlt. So richtig geil. Es ist ziemlich dark in hier. Kann ich ein Flashlight bekommen? Willst du mich einfach die Lichter fixieren? Okay. Mouse 1. Na? Ah, nee. Mouse 2. Okay. Jetzt kann ich eigentlich interagieren. Was ist das Problem? Was ist mit der Licht? Was ist mit der Licht? Was ist mit der Licht? Okay. Wir schleichen uns ganz modern von hinten an. Schleichen uns ganz modern von hinten an. Was ist das Zeit? Ah, mein kleiner Oh, tschüss Na du? Was? Das war schon? Röll Neue Objekt, eskaipe! Okay, the Queen has given you the order Ich gebe dir auch gleich eine order Durch der Lüftung, schachti, schachti Äh, wie kommen wir da rein? Pole Shift So, ah Okay, Spacebar Ah, anvisieren und dann Kann ich noch schneller laufen? Nein Nein Natürlich wollte ich abhauen Äh, Objective completed ist irgendwie nicht so gelungen Impressiv, Sex Meistlich impressiv Ich weiß Doch Go Wayland, go Wayland Ihr seid tot Stromausfall Nur für mich Jetzt ist, glaube ich, das Ding da ausgebrochen Und ich komme jetzt wahrscheinlich auch frei Ah Der Phänomorfe Bin da mein kleiner? Na komm schon Ach, nicht nach hinten Hm Futter Futter Der lebt noch Eindeutig Der lebt noch Mit dem Schwänzchen Ein Tänzchen Kann ich das auch kaputt machen? Ne Schiff Ah, ja Ich muss wieder abhauen Und Spacebar Wuh Bum, 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 bum Kann ich auch schneller rennen? Cool, genau Wuhuhu Jetzt geht der ab wie Schmitz-Katz Was ist das eigentlich? Muss ich das kaputt machen? Humans have been using Royal Jelly Ah Das ist nur Royal, das dürfen nur wir verwenden Hm Was ist das hier? Lampe Tschüss Turbo Ähm War hier noch so'n Dial? Ne Da war nicht so'n Dial Aliop Ah Kollegen Die werden jetzt alle freikommen Ah, cool So kann man auf die Wand hochhüpfen, wenn ich W drück und dann Spacebar Ah, grad ging's doch Hm Interagieren wir mal Jam Der Knopf schmeckt aber gut Ah Ich helf euch mal, Kollegen Keine macht die Menschen Wuhu Anarchie Genau so geht das Tja, da ist der Koffer Wir haben eine Verwärtskrankung Dumm, 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 dumm Was ist das? Ne Mütze Ah, ne hopp Na komm Geh halt kaputt Ah Du bist tot, Junge Genau Im Teamwork geht alles viel besser So, ähm Dich mach mal auch noch schnell Messer Na komm Na komm Jetzt Ah, da hinten ist ja Royal Muss ein bisschen schneller gehen hier Wuhu Bin denn ich hier jetzt? An der Decke Fallen lassen? Ah, cool Da geht's lang Okay Reihen wir uns mal Achso, da ist ein Geschützturm Nein Boah, wie viel Leben hab ich noch? Geh mal hier lang Leggy Ah, okay Ähm Wie machen wir das jetzt? Zack Vorne ist ein Geschützturm Das heißt Ach, die Katja, genau Ah, ja So, wenn wir hier neu orientieren, wo ist denn der scheiß Geschützturm hier? War doch hier irgendwo Hm Da geht's zurück Da geht's zurück Ja, ja Immediate Was? Hier vorne rechts Ja Dann machen wir es mal so Ganz unkompliziert Scheiß Geschützturm Scheiß Geschützturm Na, geht nicht kaputt Rrrr Na komm schon, Dreck Ah, okay Noch ein bisschen snacken So Oh Und ich Wie ich grad sehe So Viertelstunde ist rum Äh Das tut mir jetzt Außerordentlich leid Dass ich jetzt nicht so viel geschafft hab Aber ich muss mich jetzt erstmal mit der Steuerung hier vertraut machen Mit dem Wende krabbeln und so Ähm Ja, dann sehen wir uns Gleich Weiter Ich mach mal kurz Escape Und dann sehen wir uns jetzt gleich Demnächst Bis dann Ciao Bye